So, unsere sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gerade eine LK Smart vor 5 Minuten installiert beim Kunden, der hat davor ein anderes Gerät, wir haben das andere Gerät ausgebaut, so ein 5-stufiges und wir haben einen Tausch gemacht und vor 5 Minuten angemacht, also schauen Sie mal wie klein und kompakt das Gerät, nochmal ich erkläre das, wenn das jetzt läuft, dieser Tank wird ungefähr 6 Liter befüllen und danach wird der Wasserhahn zugemacht, also jetzt haben wir das, jetzt läuft es direkt oben, also es läuft direkt, so läuft dieser, ja, so läuft es direkt und wenn wir dann zu machen, dann läuft es ungefähr 30 Sekunden, wird die Spülung gemacht und dann geht es aus und wenn wir das Gerät wieder anmachen, dann läuft es wieder 30 Sekunden Durchspülung und dann wird der Tank erst befüllt, so ideal ist das und jetzt gebe ich das Telefon dem Kunden, danke, dass er erlaubt hat, ein Video zu machen, ich gebe weiter und werde gleich eine Messung durchführen, also ich mache jetzt eine Messung von diesem Gerät, das ist so ein spezieller 3B-Germassan, das ist ein älteres Modell, so niedriger, so und ich werde jetzt eine Messung durchführen, eine Messung von dem PPM-Wert, wir haben hier so ein spezielles Messgerät, so und ich gehe jetzt hier rein, so und das zeigt schon 20, 20 PPM zeigt das, ja, so unglaublich, also in 5 bis 7 Minuten ist der Wert schon runtergegangen und ich mache jetzt einfach von dem anderen, das ist Leitungswasser, die sind hier in Auetal, Auetal A2, zwischen Bad Inhausen und Hannover, 320, der Kunde hat sich für eine Enthärtungsanlage entschieden, die wird auch eingebaut, dann wird der Kaltkumpel gemabelt, hier sind ungefähr 23 Härtegrad, 320 und nochmal, zur Sicherheit, ich mache das aus, ich überprüfe es nochmal, der Wert geht mit Tietrad runter und dann werden wir den Tank zumachen, wir machen erstmal 10 Minuten und spülen, ja, also das ist jetzt 25, 26, das Glas ist nicht ganz leer, also es geht jetzt zwischen 15 und 20 PPM, wird das Gerät zeigen, unglaubliche Werte, so und jetzt mache ich den, den zu, ne, jetzt jetzt auf, jetzt mache ich hier zu und jetzt befüllt er sich, ich danke Ihnen für, für die Aufmerksamkeit, übrigens der Kunde hat auch so eine Hydra Smart Flasche bekommen, ich zeige es, diese Hydra Smart Flasche werde ich den Kunden jetzt auch aufmachen, wo der Kunde auch anfangen wird, freie Radikale zu neutralisieren, das ist die Hydra Smart Flasche, also danke für alle Kunden und bis zum nächsten Mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann stellen Sie mir ein Like und abonnieren Sie unter dem Kanal, danke schön und bis zum nächsten Mal, danke. Ja, jetzt mache ich aus.